Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen wie Scholfahrt für Sie, meine Damen und Herren, weil der ist irgendwie langsamer geworden, statt schneller. Das ist ein sogenannter Entschleuniger, kein Beschleuniger. So, die Nummer 63, also dass wir die wieder auf ein kleines Highlight freuen, Rainer Lamprecht in Suzuki Kart. Ein spannender Applaus für ihn, meine Damen und Herren, da geht es weiter. Hoffentlich über 100 ein BMW-Hälster. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine Scholfahrt für Sie, meine Damen und Herren. Wenn der so wie langsamer hat, statt schneller. Das ist ein sogenannter Entschleuniger, kennt mich, Entschleuniger. So, die Nummer 63, also dass wir die wieder auf ein kleines Highlight freuen. Rainer Lamprecht im Suzuki Kart. Rainer Lamprecht im Suzuki Kart. Ihr geht es weiter. Nein!